Hallo Katie, wohin deswegs? Ach du liebe Güte, wir sollten uns wohl besser ein bisschen um Katie kümmern. Pass auf Katie! Katie, ich glaube, du solltest die Musik leiser stellen. Alles in Ordnung, Klein Frank? Gut, da bin ich aber froh. Ich denke, wir sollten Katie dazu bringen, etwas aufmerksamer zu fahren, oder? Pass auf, Tom! Du musst mehr aufpassen, Katie. Du bist ja total dreckig. Du hast Charlie und Klein Frank erschreckt. Ja, Tom, ich denke auch, dass sie sich entschuldigen sollte. Aber vielleicht sollte sie sich vorher etwas sauber machen. Was denkst du? Folge Tom, Katie. Er wird dich schon sauber kriegen. Okay, Katie. Dann wollen wir dich mal waschen. Auf geht's, Tom! Toll gemacht, Tom! Aber kriegst du auch die Farbe von Katie runter? Ja. 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 Das sieht interessant aus, Tom. Weißt du schon, wie du all die Blasen abwaschen willst, Tom? Das sieht spaßig aus. Hier scheint es gleich ziemlich heiß zu werden, Katie. Also jetzt bist du aber mal sowas von sauber, Katie. Vielen Dank, Tom. Sie sieht gut aus. Ja, jetzt kannst du zu deinen Freunden fahren und dich entschuldigen. Katie tut es leid, dass sie dich so erschreckt hat, Charlie. Und sie will dir beim Saubermachen helfen. Klein Frank, Katie tut es sehr leid, dass sie dich erschreckt hat. Sie möchte dir gerne helfen, die Farbe wegzumachen. Ist das in Ordnung? Mhm. Gut gemacht, Katie. Du hast das Chaos entfernt, das du angerichtet hast. Und merke dir, dass du immer darauf achten musst, wo du hinfährst, damit du und deine Freunde sicher sind auf der Straße. Bis zum nächsten Mal, Katie. Wir sehen uns. Hallo, Penny. Bist du auch auf dem Weg zu Mads Geburtstagsparty? Großartig. Gehen wir zusammen hin. Herzlichen Glückwunsch, Matt. Oh, die Torte sieht aber lecker aus, Charlie. Oh oh, sie rutscht. Ach du liebe Güte. Keine Sorge, Penny. Das regeln wir. Charlie hat recht. In Toms Autowaschanlage bist du in Nullkomma nicht sauber. Und es macht auch eine Menge Spaß. Komm schon. Folge Tom, Penny. Er wird sich gut um dich kümmern. Was meinst du, Tom? Hm. Ich frage mich, was er vorhat. Was denkst du, Tom? Hm. Ich frage mich, was in diesem Raum wohl passiert. Oh, es sind Seifenblasen. Pass auf, dass sie nicht ins Auge kommen. Die brennen ein bisschen. Hm. Du bist schon wieder verschwunden, Penny. Oh, Junge. Sieht so aus, als wäre da jemand kitzlig. Was kommt als nächstes? Ah, ich verstehe. Guter Gedanke, Tom. Nur der Schwamm kriegt diese Flecken ab. Gute Arbeit, Tom. Du bist fast fertig, Penny. Jetzt müssen wir dich nur noch abspülen und trocknen. Warte, Penny. Du kannst noch nicht los. Du bist noch ganz nass. Hm. 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 Jetzt bist du fast fertig. Du siehst großartig aus, Penny. Wie fühlst du dich? Großartige Idee. Auf geht's, zurück zur Party. Hm. Schaut mal, wer wieder da ist, Leute. Oh, das ist aber nett von dir, Charlie. Ha, ha, ha. Na, wenigstens musst du nicht in die Autowaschanlage. Vielen Dank, Tom. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns. Entfernst du Ziegelsteine vom abgerissenen Haus? Mhm. Das ist großartig. Billy, hinter dir. Billy, alles in Ordnung? Hm. Das ist eine Erleichterung. Und das Gebäude ist auch unbeschädigt. Mhm. Mhm. Gut. Also müssen wir uns keine Sorgen machen. Hm. Oh nein. Billy, bist du immer noch in Ordnung? Hm. Alles klar. Dann auf zu Toms Autowaschanlage. Ich wette, er hat dich in null Komma nichts sauber. Mhm. Hallo, Tom. Schöne Blumen hast du da. Ich bin nicht sicher, ob Billy sie auch gefallen. Ein Blumentopf ist von einem Fensterbrett gefallen und ihm auf dem Kopf gelandet. Kannst du ihn sauber machen? Mhm. Das ist großartig. Billy, folge Tom und Klein Tom in die Autowaschanlage. Mhm. Bist du bereit, Billy? Mhm. Okay, Tom und Klein Tom. Auf geht's. Was sollen wir als erstes tun? Das ist eine großartige Idee. Wir benutzen die Wasserstrahlen, um die Blumenreste zu entfernen. Mhm. Also, die Pflanzenreste sind weg. Aber ich glaube, das Wasser hat die Erde schwerer und klebriger gemacht. Mhm. Tom, Klein Tom, habt ihr eine Idee, wie wir die restliche Erde entfernen können? Ein Spaten? Du meinst wirklich, das könnte funktionieren? Okay, versuchen wir es. Nur keine Sorge, Billy. Sie werden deinen Lack schon nicht zerkratzen. Siehst du, hab ich doch gesagt. Und es ist keine Erde mehr auf dir. Jetzt müssen wir dich nur noch abspülen und trocknen und dann bist du fertig. Bitte schön, jetzt wirst du mit den Ventilatoren getrocknet und dann kannst du zurück auf die Straße. Na siehst du, alles fertig. Jetzt aber raus zum Geschenketisch. Mhm. Großartige Arbeit, Tom. Und Klein Tom, wo auch immer er ist. Billy, du kannst dir jetzt etwas vom Geschenketisch aussuchen. Mhm. Haha, das ist eine großartige Idee, Billy. Damit kannst du immer sehen, was sich hinter dir befindet. Mhm. Baby Tom, pass auf. Oh nein. Jetzt musst du zwei bepflanzte Fahrzeuge an einem Tag säubern. Mhm. Ist schon okay, Klein Tom. Sei einfach das nächste Mal etwas vorsichtiger. Aber so bekommt Tom wenigstens ein bisschen mehr Übung mit den Spaten in der Autowaschanlage. Mhm. Vielen Dank, Tom und Klein Tom für eure Arbeit heute. Tschüss, Billy. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ach du liebe Güte, Billy. Was ist passiert? Eine Mauer ist zusammengebrochen? Zum Glück ist Supertruck hier, um zu helfen. Mhm. Mal wieder eine fantastische Rettungsaktion, Supertruck. Was ist los? Du bist mit Staub und Dreck bedeckt? Also, was sollen wir tun? Toms Autowaschanlage besuchen? Großartige Idee. Hallo Tom. Kannst du Supertruck helfen? Du hast recht, Tom. Er braucht wirklich eine Wäsche. Rein mit dir, Supertruck. Wir sehen uns drinnen. Was kommt als erstes, Tom? Wir müssen ihn abspritzen mit dem Wasserstrahl? Mhm. Okay, auf geht's. Ist das jetzt genug, Tom? Mhm. Hier muss dieser ganze Staub in die Nase geraten sein. Was als nächstes, Tom? Seife? Mhm. Mhm. Bist du bereit für den Rest der Autowäsche? Das bist du. Na dann. Auf geht's. Hm. Hm. Kitzelt das? Hm. Was machst du für ein schelmisches Gesicht, Tom? Woran denkst du? Hm. Du willst Super Truck noch ein bisschen mehr kitzeln? Aha. Das reicht jetzt, Tom. Super Truck ist einfach zu kitzelig. Hervorragende Arbeit, Tom. Super Truck sieht wie neu aus. Vielen Dank, Tom. Bis bald. Billy, pass auf. Das war knapp. Sei vorsichtig, Billy. Wir wollen doch nicht, dass Super Truck dich noch ein zweites Mal retten muss. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo. Hallo, Katie. Veranstaltest du ein Rennen? Das ist eine tolle Idee. Ich hoffe, du gewinnst. Oh, hey. Hier kommt Matt. Er ist bestimmt unterwegs zu einem Einsatz. Pass auf auf den Kleister, Matt. Was für ein klebriger Mist. Keine Sorge, Matt. Toms Autowaschanlage kriegt sie in Nullkommanichts wieder sauber. Hier sind wir auch schon. Folge Tom, Katie. Er ist Car Cities Autowaschexperte. Also, Tom. Wie sieht diesmal dein Plan aus? Wow. Es gibt so viele Möglichkeiten, sie zu säubern. Perfekt. Katie braucht jede Menge Seifenlauge, um den Kleister von ihr zu entfernen. Ich wette, du freust dich schon darauf, wieder sauber zu sein. Was, Katie? Sehr schön. Hm. Ich denke, du bist immer noch ein bisschen klebrig. Ordentlich schrubben sollte hier helfen. Großartige Idee. Mein lieber Mann, das ist aber eine Menge Seifenlauge. Jetzt müssen wir dich abspülen. Oh, das wird ein spaßiger Abschluss. Bereit für den Sprung, Katie? Und los! Wow. Was für ein Platscher. Jetzt bist du fast fertig, Katie. Wir müssen dich nur noch trocknen. Beeindruckende Arbeit, Tom. Man kann gar nicht glauben, dass Katie vor kurzem noch mit Kleister bedeckt war. Ich denke, du hast dir eine Süßigkeit verdient, Katie. Du musst immer noch Plakate aufhängen? Alles klar, dann los. Tschüss, Tom. Vielen Dank für deine Hilfe. Tschüss, Katie. Viel Glück bei deinem Rennen. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Frank. Wie bist du denn da gelandet? Der Steg war glipschig? Das ist doch nur etwas Tang und Seegras, Frank. Toms Autowaschanlage kriegt dich schnell wieder sauber. Hm? Sieht so aus, als würdest du im Matsch stecken bleiben, Frank. Ich hole Tom, damit er dir hilft. Hm? Hey Tom, Frank braucht dringend eine Autowäsche, aber er steckt im Matsch fest. Kannst du ihm helfen? Mhm. Hey Frank, Tom ist hier, um dich aus dem Matsch zu ziehen. Hey Frank, Tom ist hier, um dich aus dem Matsch zu ziehen. Was wirst du als erstes tun, Tom? Du wirst dich um den Tang und das Seegras kümmern? Gute Idee. Mhm. Wofür ist der Raum hier, Tom? Wofür ist das denn, Tom? Frank bekommt einen coolen Haarschnitt? Mhm. Keine Sorge, Frank. Tom schneidet nur deine neuen Haare. Mhm. Wow. Cooler Haarschnitt, Frank. Mhm. Geht's dir jetzt besser? Mhm. Großartig. Du bist immer noch ein bisschen matschig. Das waschen wir mal besser ab. Mhm. Für heute hattest du genug Wasser? Mhm. Hast du da eine andere Idee, Tom? Oh, ich hab's. Hey, Klein Tom. Hey, Klein Tom. Dein Papa hat da etwas vor. Frank, Tom möchte, dass du tanzt, um dir all den Matsch abzuschütteln. Schaffst du das? Mhm. Du weißt nicht wie? Mhm. Kannst du es ihm zeigen, Klein Tom? Mhm. Okay. Also, Frank, tu genau das, was Klein Tom tut. Der Matsch fällt tatsächlich ab. Gute Idee, Tom. Mhm. Sieht so aus, als wärst du sauber und bereit, wieder zu fahren, Frank. Mhm. Vielen Dank für deine Hilfe, Tom. Mhm. 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 Was wirst du dir vom Geschenketisch nehmen, Frank? Einen Kamm? Das passt ja toll zu deinen neuen Haaren. Vielen Dank, alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Mmm. Machos Max. Tschüss. Mr.